Ich mach mir da nicht so'n großen Kopf, weißt du? Einfach zack. Hallo und herzlich willkommen zu AppPlay. Wir spielen Worms. Armageddon. Armageddon. Dana und Izzy schwer Worms Armageddon. Und zwar haben wir einmal das Team Dana Allstars und ich heiß nur Izzy. Das find ich so unfair, weil ich keine Zeit mehr hatte, das umzubenennen. Sonst hätte ich das irgendwie... Izzy Naders... weiß ich nicht was genannt. Hinweis, du steckst jetzt ein bisschen unfest. Benutze den goldenen Esel um überwinden wir die... Alles klar. Du muss den goldenen Esel ist lem Craft everyday. Wieso geht das nicht weg? Baut sich das so lange auf oder was? Man weiß es nicht, aber anscheinend und und in der Zeit wollen sie dir irgendwas verkaufen. Boah, das hat ja übertrieben lange gedauert bis jetzt DPταν los geht. So, wer fängt denn jetzt hier an? Wenn du einen goldenen Esel kaufst, legt der immer sofort. Ja, der wird jetzt einfach hier okay. Dana Allstars. Dana Allstars,rigsofort Stadtklar. Boah, du hast sie sogar alle benannt. Boah, das ist so unfair. Ja, weißt du, einer heißt Jonge, einer heißt DinaStyle, ich werde angerufen. Aber egal. Vorher eben noch gesagt, Handy lautlos. Ja, ja. Einer heißt Jonge, einer heißt DinaStyle. Hast du meine jetzt benannt, oder was? Nein, ich habe nur meine benannt. Guck mal, meine heißt ein John Boy. Und hier? Oh, SMS auch noch. Wow, läuft bei mir. Aber immer noch nicht laut. Mancher kann leider gar nicht gucken, doch. Oh, hast du schon gesehen. So, jetzt ist gleich deine Zeit abgab. Einer heißt Pferd. Du hast noch 8 Sekunden. Einer heißt Izzy. Oh, das ist von mir. Nein, das ist meiner, der heißt nur Izzy, der ist bei DinaStyle. Scheiße, ich könnte nicht spielen. Hast du den so benannt? Ja, bei mir ist einer Izzy. Meiner heißt Pferd. Nein, das ist von mir. Nein. Die Roten sind von dir. Nein. Doch, du steuerst den da gerade. Ach ja, stimmt. Ja, siehst du. Du hast einen Pferd genannt. Wo sind denn hier die Waffen? Nicht Pferd, sondern Pferd. Ach, hier sind die Waffen, so. Äh. Ach, scheißegal, ich bomb jetzt hier einfach auf dich drauf. Ich mache mir da nicht so einen großen Kopf, weißt du, einfach was hat. Okay, ich glaube, ich musste gedrückt halten, schade. Hätte ich mir vielleicht doch ein bisschen mehr Gedanken machen sollen. Jetzt zeige ich sie mal. Jetzt werde ich mal mit meinem Izzy, den Izzy von Dina Allstars. Go, go, go. Weißt du, du hast einfach nichts gemacht. Ich habe aber noch kontraproduktiveres gemacht und mich selber abgeschossen. Wir sind immer noch nicht gecheckt, dass Izzy. Ja, das ist dein Izzy. Der ist bei Dina Allstars, der macht alleine dein ganze Team Izzy kaputzt. Ja, das ist natürlich klar, der heißt der Izzy, der zerstört eh alles. Mach ich hier mit die Waffen, ja. Okay, mach mal. Ich mache erstmal Bazooka, ganz klassisch. Aber wieso denn immer mit dem? Ich will nicht mit dem, meine Zeit läuft schon wieder davon. Ich will mit Izzy spielen, oder geht das nicht? Nein, nein, du kommst hin zu. Ach so, ich dachte, man kann den mal selbst auswählen. Nein, nein. Scheißspiel, du hast übrigens noch 8 Sekunden mehr. Scheiße, ist das Luft? Bunkerbomber, Bunkerbomber. Du musst einfach nur einmal ganz kurz draufdrücken. Äh, go, go. Scheiße, bei dem musst du echt noch ganz kurz drücken. Ha, ganz besonders klar. Oh, Doppelke. Oh, aber du hast dich ja noch ein bisschen getroffen. Ja, es war doch voll ineffektiv. Ich habe immerhin getroffen. Oh, manno. Izzy start, klar, bin übelst am Start. Rufus ist am Start. Boah, ich baller Izzy weg. Nein. Nein, 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 nein. Die Aktion eben, die war echt so richtig mies. Nein, lass Izzy leben. Yes. Das war ein Zeichen. Izzy wird alles überleben ab jetzt. Meine Rakete ist durch Izzy durchgefroren. Nein, über Izzy hinweg. Aber Izzy ist halt der Überprodukt. Erstmal ist das Pferd dran, ja. Erstmal chill. Oh, nee, ich kann ja auch John Boy da killen jetzt, ne? Nee, lass John Boy ruhig mal in Ruhe. Warum? 30 Sekunden hast du. Warte, wie kann man denn rückwärts springen? Wie kann man rückwärts springen? Du musst einfach nur rückwärts. Und jetzt, glaube ich, springt der automatisch, wenn du jetzt springst. Du musst einfach nur kurz mal auf Schießen drücken, dann springt der rückwärts. Geil. Scheiß, wo eine Waffe, Alter. Haha. Also, ich glaube, die haben mich jetzt auch ein Spaß gemacht. Nein. O, hallo. No. No. Nein. Jawoll. 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 Nein. Yes. Schade, ich lach da unten im Wasser. Ich glaube, der ist im Eimer, oder? Der ist wohl tot. Oh Mann. Ah. Tja. Ja, die Däner-Holsters sind eigentlich schon halt, ne, Wolf bei Däner. Aber guck mal, du, wieso ist denn mein Streifen da unten rot? Und weil ich hab die Farbe eingestellt, ich bin grün, du bist rot. Fall da runter, nicht mehr, das macht Spaß. Kann ich da eigentlich, boah, Alter, ich seh hier überhaupt gar keinen, kann ich aber rauszoomen, ja. Ja, kannst du. Soll ich jetzt Izzy treffen, oder was? Nein, nein, Izzy muss leben. Du hattest doch hier eben so, hallo, ich will eine andere Waffe. Die hattest du eben, ne? Mhm. Äh. So, und ich will jetzt, dass Izzy da runterfällt. Ja, du musst so ein bisschen daneben, musst du. Verstanden. Nein. Nicht Izzy. Jawoll, dein bester Mann ist weg, jetzt kann mir gar nichts mehr passieren. Ich bin mir sicher, er kann adäquat ersetzt werden. Durch wen, durch die Onge? Ich möchte mich jetzt hier so rausbrennen. Erstmal ein bisschen nach hier. So, und jetzt muss ich so ein bisschen so, so, und jetzt baue ich mich aus. Oh, schaffst du es sogar zeitlich noch. Schade, ich dachte, du hättest hier ja viel Zeit. Schade, aber kann ich jetzt noch was einsetzen, oder nicht? Nö, nö, das reicht. Zwei, hörst du eh nur noch eine Sekunde, das war's. Izzy, start klar! Ja klar! Na klarchen. Oh, Löchen, Brüchen, na klarchen. Das Dynamit hat mir gefallen. Ja, fandest du das schön? Das war im Großen und Ganzen positiv. Izzy, aber... Oh, na! Das reicht locker. Also, wenn das nicht reicht, dann wäre er schon merkwürdig. So, zack. Du hast nicht mehr so viel Leben, sehe ich da unten gerade, ne? Aber ich verstehe nicht, warum blinkt der mal? Achso, weil ich dran bin. Aber wie ist es denn meins? Ich bin einfach rot und deswegen ist der Balkenbrot. Ja, okay. Ach, hast du es jetzt verstanden? Das war dir davor nicht bewusst? Das sah so aus rot blinkend, als wäre ich in einer brenzligen Situation. Ich habe jetzt voll Angst, ich muss den jetzt töten, sonst sind meine Chancen schon ziemlich schlecht, und das ist halt nicht so geil, aber ich habe ja dafür auch noch einen super Schaf. Das darf man jetzt nicht verachten. Muss man aber nicht einsetzen, zwingend. Schon. Okay. Nein! Ne, bleibt es hängen, oder was? Ach, scheiße. Was passiert jetzt? Erstmal ein Anruf, aber das ist mir egal. Komm schon, komm, der kommt wieder runter. Du musst das doch lenken. Nein, echt? Ich meine schon. Weiß ich nicht. Klar. Jetzt komm runter. Du musst das lenken. Ach, das war es. Das war es einfach mal. Das Ding kommt nicht mehr runter. Das Ding kommt nicht mehr runter. Na, Palm. Ich muss immer alles ausprobieren und du kannst dann die guten Sachen benutzen. Wie, dich zwingt auch keiner, das auszuprobieren. Hast du nur noch einen? Nein, irgendwo sind auch ganz viele versteckt. Ne, komm, hier. Dann nehme ich lieber den hier. So, die Lenkrakete. Oh Gott. Die kann man nämlich... Ja, die musst du irgendwo in die Luft setzen. Genau. Und dann fliegt sie genau dahin zum nächsten Gegner. Ja, irgendwie so halb, ne? Ich weiß leider... Oh, ich habe auch gar keine Zeit mehr. Ich mache es einfach in die Luft. Nein! 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 Oh! 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 Ich musste ja den Punkt auf dich setzen und dann aber nach oben schießen und dann wäre der... Aber man kann ja nicht... Aber wenn du ins Wasser geflogen wärst. Ich habe ja noch mein normales Schaf, ne? Alter! Normales Schaf am Start, ne? Ein ganz normales Schaf. Ich bewege dich scharf! Los! Jawohl, es hängt! Warum nach unten denn? Jetzt komm schon! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Mann! Boah, das arme Schaf! 21! Oho! 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 Scheiß Back ist das! Oho! Oho! Nein! Oho! Ah gut! Das war natürlich jetzt auch nicht so eine kranke Explosion, ne? Das hätte dich bestimmt getötet. Das hat mir 41 abgezogen, du hast 49 und ich war nicht mal direkt da. Ich bin mir unsicher, ob ich dir... Das ist ein... Das ist unfair! Soll ich dir jetzt direkt das Leben nehmen? Nein. Ne, mit dem Bunsenbrenner musst du dagegen... Ne Benzinbombe nehme ich jetzt. Okay. Okay. Oho! Ja! 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 Du hast ja echt richtig spannend geworden jetzt, ne? Ja! Du kannst den jetzt echt da... Also da habe ich ein bisschen Angst vor. Und der andere... Ist halt echt an einer schlechten Stelle. Ah täh! Haben wir Luft? Nur ganz leichte. Wir haben Luft. Ist Luft... Diesmal ist Luft mit im Spiel. Auch Wind, aber hauptsächlich Luft. Da hin bitte. Oh nein! Wie schieß ich denn jetzt? Aaaaaaah! Hehehehe! Fuck! Ich hätte es geschafft! Der wäre weggeflogen! Ich hab jetzt Lust... Dich... Eiskalt... Ja, ja... ...abzug... Und ballern! Nein! 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 Was gibt's denn noch? Nein! Ich kann auch mit dem Presslufthammer auf dir drauf prügeln. Nein! Das ist doch immer eine ganz lustige... So fies, Alter! Wenn mich das jetzt tötet... Ich bin da hoch! So! Jetzt, Junge! Jetzt, Jorne! Na, mach los! Presslufthammer! Und rein ins Wasser! Bis ins Wasser! Bis ins Wasser! Nein! Nicht ins Wasser! 50 hat das abgezogen! Und wie viel ladest du? 59! Hahaha! Wenn ich mich ganz doll beeile, kann ich mich vielleicht wieder rausangeln. So! Zack! Ah nein! Ah, wie komm ich denn jetzt hier schön hoch? Schön hoch! Oh, komm schon! Ne! Geh nach unten! Ah, weil das ist so ein scheiß Rohr irgendwo so! Jetzt! Wie geh ich jetzt hoch? Wie geh ich jetzt hoch? Du musst bestimmt da drücken, oder? Hier, so! Guck mal, du hast jetzt so eine Bombe! Ich bin jetzt verrangelt! Runter! Nein! Hoch! Oh, die fällt nicht runter! Nein! Nein! Pass auf, dass das gar nicht abgeht! Oh nein! Hast du dich selber zerstört jetzt? Leider ja! Komplett tot? Leider ja! Nice! 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 Ey, wir haben's gewonnen! Gah! Dena Style ist der Starwurm! Jorgen hat den Lemming Award gewonnen! Dena Style hat am längsten überlegt! Stumbi war ein Feigling! Die Messi sagt, für die meiste Spannung, ja da bin ich natürlich auch hier! Weil sie so schlecht waren, deswegen so! Das Team Dena Allstars war das Präziseste und Team Dena Allstars war am wenigsten! Das war's auf jeden Fall mit der Folge Abplay! Äh, wir haben eigentlich alles falsch gemacht! Aber, äh, mir ist es eigentlich alles egal, weil ich hab gewonnen! Der Rest ist mir... Also, ne? Oder? Dena, wie siehst du das? Gewinn ist doch alles eigentlich! Es gibt sonst nichts, was irgendwie... Ich mein, Spaß macht Spielen ja nicht! Deswegen, wenn man gewinnt, ist gut! Sonst ist man traurig! Und deswegen, herzlichen Glückwunsch, Izzy! Vielen Dank! Ein glücklicher Sieg! Äh, das war's mit der Folge Abplay! Äh, die nächste App gibt's nächste Woche Montag! Und, äh, schreibt nochmal mit Dena vorbei! Der Kanal ist unten in der Beschreibung, meiner auch! Bis dann, ciao! Bis dann!